Spirelli, der Spiralschneider aus dem Hause Gifu, entworfen von InVivo Design, kreiert leckere Endlosspiralen aus den verschiedensten Gemüsesorten. Mit Spirelli lassen sich sowohl dünne als auch dicke Spiralen schneiden und das dank der japanischen Spezialmesser spielend leicht. Wie bei einem Anspitzer die Zutaten in den Trichter drehen und die gewünschte Menge schneiden. Mit dem Restehalter reduzieren Sie nicht nur den Verschnitt auf ein Minimum, sondern schützen gleichzeitig Ihre Finger. Zaubern Sie leckere Gemüsespaghetti aus Zucchini und Möhren oder Dekospiralen aus Rettich. Der Spiralschneider aus dem Hause Gifu, endloss Spiralen für den gesunden Genuss. Gifu, genial genießen. Informationen zu Spirelli und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com. Tari, der Scheibenschneider aus dem Hause Gifu. Besticht nicht nur durch seine Optik, entworfen von InVivo Design, sondern auch durch seine kinderleichte Anwendung. Entriegeln, aufklappen und schon ist Tari einsatzbereit. Dank der 10 japanischen Spezialmesser mit insgesamt 510 ist das Schneiden eine Leichtigkeit. Schneidfenster befüllen, zuklappen und direkt in die Schüssel schneiden. Ob Obstsalate, Deko für Ihre Servierplatten, eine leckere Pilzpfanne oder Tomate Mozzarella. Mit Tari sind Ihre Speisen einfach und schnell zubereitet. Nach Gebrauch den Stoßer ausklappen und Tari einfach in die Spülmaschine geben. Anschließend zum platzsparenden Verstauen wieder verriegeln. Tari, das Multitalent aus dem Hause Gifu. Maßgenau und kinderleicht. Gifu. Genial genießen. Informationen zu Tari und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com Aromatico. Die Gewürzmühle aus dem Hause Gifu. Ein optisches Highlight in Ihrer Küche dank InVivo Design. Der praktische Klappgriff ermöglicht das einfache Nachfüllen und Austauschen von Gewürzen. Griff umklappen, Aromaverschluss entfernen und direkt befüllen. Mit Aromatico können Sie die verschiedensten Gewürze wie zum Beispiel Pfeffer, Chili, Salz, Kümmel und Fenchel verarbeiten. Zum Einstellen des Keramikmalwerkes die Verschlusskappe entfernen, die gewünschte Körnung wählen und schon können Sie Ihre Speisen clever würzen. In der Küche und bei Tisch. Die Verschlusskappe bewahrt nicht nur das Aroma und verhindert das Ausrieseln der Gewürze. Beim Mahlen über dem Topf schützt Sie das Mahlwerk vorm Verkleben durch aufsteigendem Wassersampf. Einfach in die Kappe mahlen und anschließend über die Speisen heben. Aromatico. Clever würzen mit der durchdachten Gewürzmühle aus dem Hause Gifu. Gifu. Genial genießen. Informationen zu Aromatico und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com Kando, der stilvolle Dosenöffner aus dem Hause Gifu, besticht nicht nur durch seine einzigartige Optik von InVivo Design. Kando überzeugt auch durch seine simple Anwendung. Dank des ergonomischen Griffes ist Kando für Rechts- und für Linkshänder gleichermaßen geeignet. Die integrierte Zangenfunktion bildet ein weiteres Highlight. Das Abnehmen des Deckels wird so zum absoluten Kinderspiel. Der Luftballontest beweist, das patentierte Schneidwerk sorgt für ein sicheres Öffnen des Deckels ohne scharfe Kanten. Verletzungsgefahr ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen ist jedoch die Wiederverwendung des Deckels. Der Kando-Dosenöffner aus dem Hause Gifu. Es war noch nie einfacher, eine Dose zu öffnen. Gifu. Genial genießen. Informationen zu Kando und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com. TriStar, die Kartoffel- und Spätzlepresse aus dem Hause Gifu, ist ein absoluter Allrounder. Denn TriStar garantiert eine vielfältige Anwendung, dank den mitgelieferten Lochscheiben. Diese sind jederzeit bequem auszuwechseln. Mit der Pürierscheibe verwandeln Sie Kartoffeln, Gemüse und Obst wie von Zauberhand in feinste Speisen. Denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Der starke Presshebel ermöglicht Ihnen einfaches und professionelles Arbeiten. Spätzle kochen leicht gemacht. Mit TriStar kein Problem. Die Speziallochung bietet Zubereitung von handgeschabten Spätzle. Sie lieben Spaghetti-Eis? Dann freuen Sie sich auf TriStar. Mit der dritten Lochscheibe kreieren Sie die leckersten Desserts. TriStar, die stabile Kartoffel- und Spätzlepresse aus hochwertigem Edelstahl, macht Sie zum Star in Ihrer Küche. Gifu. Genial genießen. Informationen zu TriStar und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com. Garlico. Das ist der stilvolle Knoblauchschneider aus dem Hause Gifu. Dieses hochwertige Produkt aus Edelstahl und Kunststoff wurde von InVivo-Design entworfen. Doch Garlico besticht nicht nur optisch. Dank der leichtgängigen Mechanik und des ergonomischen Griffes sind für Garlico auch große Zehen kein Problem. Und Garlico unterscheidet sich noch mehr von einer herkömmlichen Knoblauchpresse. Denn Garlico ist ein Knoblauchschneider. Das Ergebnis faserfrei, besser verteilbar und appetitlich. Denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Bei Garlico wurde wirklich an alles gedacht. Herausnehmbares Schneidgitter und Schneidwerkzeug garantieren eine leichte Reinigung. Führende Köche empfehlen. Nicht pressen, sondern schneiden. Garlico. Der stilvolle Knoblauchschneider aus dem Hause Gifu. Alles andere als eine herkömmliche Knoblauchpresse. Gifu. Genial genießen. Informationen zu Garlico und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com. Die Pastamaschine Pasta Perfetta Deluxe aus dem Hause Gifu. Pasta genießen wie bei Ihrem Lieblingsitaliener. Inklusive sind die Aufsätze für Tagliolini und Tagliatelle, Ravioli sowie Lasagne Rieke und Spaghetti. Pasta Zubereitung leicht gemacht. Einfach die Pastamaschine mit der Schraubzwinge am Tisch fixieren. Jetzt nur noch die Kurbel befestigen und die gewünschte Teigdicke von 0,2 bis 3 mm einstellen. Schon geht's los. Mit Pasta Perfetta Deluxe können Sie sechs verschiedene Pastasorten zubereiten. Sie haben Appetit auf original italienische Pasta? Dann einfach mit Hilfe der Kurbel von Teigwalze auf Teigschneider wechseln. Pasta wunderbar. Frischer und schneller geht's nicht. Pasta Zubereitung leicht gemacht. Pasta Perfetta Deluxe aus dem Hause Gifu. Sie werden sich fühlen wie in Italien. Gifu. Genial genießen. Informationen zu Pasta Perfetta Deluxe und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com. Pomo, der Tomaten- und Apfelteiler aus dem Hause Gifu, ist eine absolute Weltnummer. Denn durch das Schneidmesser aus hochwertigem japanischen Klingenstahl ist Pomo jetzt noch schärfer. Für den besonderen Schliff sorgen die gezahnten Edelstahlklingen. Pomo ist der einzige Spaltenteiler, mit dem sich sogar Tomaten problemlos verarbeiten lassen. Einfach mittig ansetzen und nach unten drücken. Die zwölf Spalten lassen sich mit der mitgelieferten Kunststoffschutzkappe sauber auswerfen. Und in Nullkommanix ist die Tomate vom giftigen Strunkansatz getrennt. Im Handumdrehen zaubern Sie mit Pomo die frischesten Salate. Pomo garantiert so die gesunde Ernährung der ganzen Familie. Und Pomo kann noch viel mehr. Denn auch Äpfel lassen sich mit Pomo wunderbar verarbeiten. In Nu hat Pomo den Apfel in zwölf leckere Spalten geteilt. Pomo, die Weltneuheit aus dem Hause Gifu. Der Küchenhelfer für die leckersten Obstkuchen, Salate und Desserts. Gifu, genial genießen. Informationen zu Pomo und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gifu.com. Mit dem keramisch gebundenen Schleifstein aus dem Hause Gifu erwecken Sie Ihre Messer zu neuem Leben. Die grobe Seite dient zum Herausschleifen von kleinen Beschädigungen. Und mit der feinen Seite ziehen Sie die Schneide wieder ab. Ein kurzes Wasserbad genügt. Nach nur 10 Minuten sind alle Poren verschlossen. Schleifpartikel können sich so nicht einlagern. Sicheren Halt beim Schleifen gewährleistet Ihnen die mitgelieferte Kunststoffunterlage. Und los geht's. Einfach das Messer in einen 15 Grad Winkel ansetzen, sodass eine Euromünze exakt unter die abstehende Klinge passt. Für ein optimales Ergebnis führen Sie das Messer mit Druck zur Schneide vor und zurück über den Schleifstein. Perfekt. Es wird scharf in Ihrer Küche. Richtig scharf. Sie ärgern sich immer über Ihre stumpfen Messer? Diese Zeiten sind vorbei. Dank dem japanischen Schleifstein aus dem Hause GEFU. GEFU. Genial genießen. Informationen über den Schleifstein und weitere Produkte erhalten Sie unter www.gefu.com. BANCO. Das Vor- und Zubereitungsbrett aus dem Hause GEFU wird aus ökologisch wertvollem Bambus ausgefertigt. Dies garantiert eine sehr ansprechende Optik. Dauerhaft. Denn BANCO ist besonders unempfindlich gegen Kratzer. Dank der geneigten Arbeitsfläche kann der Bratensaft problemlos ablaufen. Richtung extra große Saftdrille. Bei BANCO wurde wirklich an alles gedacht. Die Ausgießnase ermöglicht unkompliziertes Abschütten. Das macht BANCO so hygienisch und leicht zu reinigen. Natürlich können Sie mit BANCO auch Gemüse ganz mühelos zubereiten. Das Schnittgut lässt sich einfach und schnell vom Brett entnehmen. Denn selbstverständlich verläuft die Saftdrille nicht rundherum. BANCO. Das Vor- und Zubereitungsbrett aus dem Hause GEFU besticht nicht nur durch seine Optik. An diesem langlebigen Brett aus ökologisch wertvollem Bambus werden Sie viel Freude haben. GEFU. Genial genießen. Informationen zu BANCO und weiteren Produkten erhalten Sie unter www.gefu.com Der Stifteschneider aus dem Hause GEFU. Die gesunde Ernährung der ganzen Familie ist garantiert. Dabei ist die Bedienung ganz simpel. Einfach den Stifteschneider mit dem starken Vakuumsaugfuß fixieren. Sicherer Stand beim Stifteschneiden ist damit gewährleistet. Selber machen liegt voll im Trend? Kein Problem mit dem Stifteschneider von GEFU. Dank der geschärften Stahlmesser zaubern Sie aus Gemüse und Kartoffeln ganz einfach bis zu 36 leckere Stifte. Sie wollen lieber dünnere Stifte? Dann tauschen Sie doch einfach das Messer aus. Bis zu 64 hausgemachte Stifte sind mit dem zweiten Messer im Nu frisch zubereitet. Selbstverständlich ist dieses Sonderzubehör ebenfalls ein Qualitätsprodukt aus dem Hause GEFU. Das Messer wurde gewechselt und verriegelt. Jetzt nur noch schnell den neuen Stoßer einsetzen. Und schon ist der Stifteschneider wieder für Sie im Einsatz. Völlig problemlos verwandeln Sie Gurken und anderes Gemüse mit dem Austauschmesser in feinste Stifte. Der GEFU Stifteschneider. Gesunde Ernährung leicht gemacht. GEFU. Genial genießen. Informationen über den Stifteschneider und weitere Produkte erhalten Sie unter www.gefu.com.